Dieser KIA verdient sicherlich Ihre Aufmerksamkeit. Mit dem Benzinmotor und dem manuellen Getriebe ist dies ein fantastisches Auto für noch viele Kilometer. Dieses Auto ist unter anderem mit einer Klimaautomatik, einem Regensensor und einem Bordcomputer ausgestattet. Wenn Sie möchten, können Sie eine Probefahrt mit diesem KIA machen. Rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF, 2020